Hallo wieder zu, äh, ja, äh, Nussons Road und, äh, ja, Eurotrack Simulator 2, und so, Bierkarte, wo stehen wir denn? Ach ja, wir stehen hier in Hannover oder Magdeburg. Hannover oder Magdeburg können wir nix abholen, weil wir da noch nicht waren. Ach, dann nehmen wir mal Kassel. Jo, ein Vorratstank. Okay. Oh, ach, da hab ich schon was. Na gut, wenn ich da schon was hab, dann fahren wir. Ach, so war's. Mal die Maus kurz bewegen. So. Aber dass ich einen englischen LKW hier habe. Äh, äh, müsste ich bei Gelegenheit eventuell sogar mal ändern. Okay, da geht's nicht. Oh, oh, Mist. Jetzt habe ich einen Aufleger Schaden verursacht. Das war's. Das war's. So, jetzt sind wir aus dem Gebiet da raus. Das war's. Warum will ich den Blinker machen, wenn ich hier das Licht da machen will? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh Gott, hat der wenig Zug hier. So, ich weiß gar nicht, wo hinterzeugt muss. Nach Bremen. So, ich weiß gar nicht. 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 Ich weiß gar nicht. So, 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 ich weiß gar nicht. Kontrollstelle Oh ist die Strecke hier schlecht Der Beton ist schlecht Igegegege Nooo Jetzt hängen wir hinter dem hier fest Man, 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 man Oh Das war's. So schön überholt. So schön überholt. Also Zug hat die Maschine hier kaum. Aber es ist ja erst das Einstein-Ramm-Modell hier. Und nochmal auf ne Autobahn. Ui. Oh. Da war ich bisschen zu schnell. Oh, die Maschine. Das Ding geht nicht. Oh. 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 Ich weiß, dass ich müde werde. Wenn ich die hier abgeladen habe. Oh. 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 fahren oh da ist die polizei oh ops da ist da ist da ist da ist da ist das Da bleib' ich noch kurz vor Ende hier hängen. Nee, 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 nee. So... Ja, ich weiß, ich werde müde. Da fehlt noch ein Spaß, gleich mit dem einpacken. Wenn ich müde bin. Rot... So... ... ... ... ... ... ... Ja, die 19 machen wir Oh, jetzt da zu trennen, das wird Oh, hm, okay. Oh, my God. Oh, my God. Wenn ich einen Henkrad hätte, wäre es auch einfacher. Oh, my God. 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 Oh, Hans ist ja bei dir geschafft, glaube ich. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Das war's für heute. Calm. Das war's für heute. Wieso ist denn das jetzt immer, dass ich so endlich ja gute arbeit wegen den kleinen schaden aber level up und das level up verteilen wir in Moment Gleich hab ich's Entsparsame Fahrweise So Fahren Wo kann ich am schnitzen schlafen, da Fahren Fahren Dann fahren wir noch mal schnell, Nickerchen machen Aufpragsangebot gibt es Ja, ich weiß, dass ich müde werde und ich bin ja schon auf dem Weg Ja, bei der Ampel Och ne, jetzt ist da noch rot Bin jetzt die falsche Spur, aber egal Ja, ich weiß, dass ich Oh, ich werde reingelassen. Das ist fein. Das ist super nett. So, Pennen. So, aber wo wir jetzt hier gepackt haben, sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann.